Willkommen wieder zu einem neuen Part von Turok, Dinosaur Hunter. Okay, liebe Leute, jetzt geht's weiter zum vorletzten Level. Aktivieren wir jetzt auch. Zack. Und das Tor erscheint. Yeah. Auf geht's zum rechten. Ich will jetzt lost. Verlorene Land. Ich liebe dieses Level. Von der Musik schon. Ekelhaften Viecher. Ich was sage, habt ihr zu schweigen? Gott, der Arme, alle. Das ist eine Begrüßung, muss ich aber echt sagen hier. Ist das jetzt hier so ein... Nee, doch nicht. Stehen da für Gegner. Da wieder die Zombie-Carrier oder was? Mann, sei doch mal ruhig. Ich will jetzt mal hier mal sammeln. Ja, da bin ich noch rüber. Ja, wir nehmen mal mit. Hupfla. Ach du heiliges Ei. Wah! Ja, jetzt bin ich gerade am übersinnen. Ja, genau. Das sind ja die Dämonen da, die Hadou-Kens immer machen können jetzt hier. Das sind jetzt wieder ganz neue Gegner. Naja, die kommen mehr. Ja, ihr wartet mit den... Genau, ihr wartet mit den dunklen Stimmen. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Da waren gar nicht damals hier diese... Typen hier, diese... Ähm, Voodoo-Star. Da wart ihr gewesen. Ihr wartet. Ja, diese Gegner sind jetzt auch ganz schön gefährlich und wollen ganz schön böse drauf. Ich sag ja nicht umsonst. Nicht nur, dass die verdammt nochmal Laser-Kanonen den Strahlen abfeuern können. Sondern sie sind echt ganz gewaltig mies gelaunt. Das wird jetzt richtig interessant hier. Also das Level hat's in sich. Ja, toll. Ich fall hier runter. Egal. Ja, genau. Schrei dich so rum, ey. Von diesen Stimmen. Ja, davon hab ich ja gerade gerettet. Diese Stimmart da. Dieses... Und so. Da hab ich erst gedacht, da werden damals hier diese... Medizin-Männer-artigen Kerle gewesen. Ich dachte, die hatten diese Stimme gehabt. Jetzt hab ich da was verwechselt. Ja, jetzt wird's da hier gezeigt. Auch. Da war ich ein bisschen durcheinander gekommen. Ja, okay. Ihr habt ja auch fast die ähnlichen Farben. Körperfarben, Bemalung, Farbe hier. Whatever. Ich hier was sagen möchte. Ja, okay. Aber... Eine kleine Verwechslung gewesen. Okay. Da brauche ich jetzt nicht extra hoch. Da war ich ja jetzt. Gut, dann gehen wir mal weiter. Raus ins verlorene Land. Oh Gott. Ja, genau. Da kommt der neue Gegner. Guckt euch diesen Raptor an. Ja. Ihr habt genau richtig gesehen. Dieser Raptor ist nicht mehr wie die anderen Raptors. Er kann nämlich jetzt schießen. Deswegen schießen wir ihn jetzt schon mit der Alien-Kanone ab. Boah, der... Oh mein Gott. Guckt euch mal, wie viel Leben ich jetzt noch habe. Genau. Ihr wollt mich doch veräppeln. Oh Gott, jetzt kommen die Erinnerungen wieder hoch. Dieses Level war richtig fies. Ja, der da ist auch fies. Pass mal auf. Einmal so. Oh, der kann ja Gift... Genau, der konnte ja auch noch schießen. Ja, ich bin jetzt leicht am Fan, ich weiß. Aber ich muss mich jetzt immer wieder an diese Level-Gegner gewöhnen. Wow. So weit fliege ich zurück? Ich dachte immer, ich falle immer direkt da zurück, woher ich herkam. Wenn ich direkt hier vorne stehe. Aber, naja. Das ist egal. Ich jetzt nochmal runterfalle mit Absicht. Sorry. Ich wollte gerade mal gucken. Alter. Wow. Wie rennt der denn, ey? Habe ich Hardcore eingestellt? Kann ich mich aber nicht erinnern dran. Wo ist dieser Dreckskerl vom Mist... Dreckspflanze? Oh, diese ekelhafte Pflanze. Okay, jetzt wird es richtig interessant hier diesmal. Das muss ich zugeben. Ach, komm schon. Ey, ich hasse, dass er nicht getroffen werden kann, weil er so weit entfernt ist. Und ich reg mich nicht auf. Ich hab das gehört. Dann muss ich spawnen wieder. Ja, wüsste ich aber. Oh, zum Glück hab ich den noch gesehen. Boah, ich... Wollte gerade was sagen. Und dann sehe ich das auf einmal so und dachte nur, Moment... Wow. Bisschen Käfer, wüsste man... Oh, warte mal. Liegt sie rein hier. Bonusraum. Moment mal. Meine Erinnerung. Erzählt mir gerade hier, und was war hier. Mal ganz Böses. Ja. Das war's. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du musst nicht still stehen bleiben. Du musst jetzt gerade schweigen. Konzentriert spielen. Oh, komm her, da oben. Da fahren alle. Okay. Okay. Da fahren alle. Boah, ho, ho. Das Level wird's richtig... ...in sich noch haben hier. Nochmal so die Creme aller Creme nochmal drauf sitzen. Gott, ey. Hab ich das lange nicht mehr in Erinnerung gehabt. Den mit den Gegnern noch. Gibt's da noch mehr Granaten? Ja, die kann man immer gut mit brauchen. Die Munition nehme ich gerne mit. Okay, da waren... Ja, ich werde aber nicht mehr mit ihnen kommen. Deswegen verschieße ich sie jetzt alle nochmal. Das ist jetzt zwar keine kluge Idee. Aber wann komme ich mal großartig wieder an diesen... ... ähm... ... Bonusportal so. Ultraleben. Nichts hier raus hier, ey. Boah, das war aber... Ja, selbst die Bonuslevel können fies werden jetzt. Hi. Ja, wie gesagt. Normalerweise fliegen die immer so weg, aber... Ich bin enttäuscht ein bisschen von dem Tal. Ein klein bisschen nicht. Aber naja. Kann man jetzt nicht ändern. Sonst so macht das richtig Spaß. Oh man, Tyrannosaurus Rex, der hier rumschreit. Das wird auch noch richtig funny werden hier. Ja, genau da. Sim ist da... ... hässlich. Moment kurz. Muss kurz mal ein bisschen was checken hier. Ich konnte mich aber auch insinnen. Hier war irgendwo noch ein ganz böser Gegner, der noch zumpf mich zukommt. Ähm. Und ich wundere ab und zu wegen meiner Stimme. Ich glaube, ich habe Verdacht... Aua! Ich habe Verdacht, dass ich bald eine Erkältung wieder kriege. Ich habe ein bisschen zu sehr in Durchzuchen gearbeitet. Oh man, man. Ja! Komm her. Zack. Verdammte Aliens hier. Komm her, Alien. Kannst du aber fliegen, wa? Ah, komm her. Ah, verdammter Mist, ey. Ach, geh kaputt jetzt. Alter. Genau die Zentimeter. Ja, komm, was ist denn jetzt los hier? Wer hat da geschossen? Oh, der ist schon wieder. Ja, genau. Ich springe auch noch in den... Wenig Rüstung. Ja, ist mir jetzt gerade Wumpe. Alter, ey. Ich finde das richtig interessant hier. Aber wirklich, wirklich interessant. So, ich mecke mir mal den Punkt hier. Dass ich irgendwann mal hier zurück muss. Und oh Gott. Ich hatte mal ganz miese Erinnerungen hier. Sogar bei diesem Springen hier. Und da wird mir ja nicht mal geholfen jetzt hier bei der Karte. Muss ich jetzt genau wieder aufpassen, wie ich abspringe. Vor allem, nicht nur aufpassen, wie ich springe, weil... Punkt ist auch, je höher man kommt, desto kleiner werden auch die Säulen. Aber da war jetzt ein ganz teaser, da weiß ich noch. Da muss ich ganz genau abspringen. Oh, okay. Mama mia. Ich konnte mich mal erinnern, dass ich sogar mal hier runtergefallen bin. Damals auch bei M64 war das. Oh, andere Schalter. Ist der auch weg? Nicht, dass der wieder auf mich schießt, ja. Manchmal respawnen die Gegner manchmal so, wie man gar nicht rechnet. Da muss man auch wieder ein bisschen aufpassen. Ah, ich sehe dich. Und du hast mich auch schon gesehen, wie ich sehe. Ja, warte, warte, warte. Ah, verdammt. Ich könnte eigentlich wieder zurückgehen und mir ein paar Munitionen holen. Und das würde ich jetzt auch machen, mal eben schnell. Ich kann ja wieder zurück, hoffe ich mal. Ich komme jetzt... Ja, verdammt. Ich muss wieder da hoch springen. Das ist mir jetzt zum Teil Wumpe. Aber lieber gehe ich bewaffnet da rein, anstatt ohne Bewaffnung. Rucksack habe ich jetzt, glaube ich, nicht. Ne, dafür bin ich ja zu oft kaputt gegangen hier. Ah, hopf. Hopp. Ah. Hopp. Hopp. Und nochmal hier jump. Und nochmal hier jump. Oh. Gott, ey, dieses... Ab und zu gejumpern macht einen wahnsinnig leicht. Ah, ja, genau. Wenn man auf den Teufel spricht. Oh. Dreckskerl. Okay, da kann man hin. Ja, ha, 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 ha. So, Rucksack. Könnte ich so gesehen wieder... Könnt, soll ich oder soll ich nicht? Ah, sicher ist sicher. Sorry, Leute. Aber, ähm... Wenn ich jetzt gleich in den Rundtag falle, dann fange ich an zu weinen. Weil ich wieder zu gierig bin. Aber hier muss man echt mit Munition auf gut auskommen. Und dann ist es jetzt bei dem Level, weil sich das ganz schön gefährlich sein kann, wenn man so wenig Munition hat. Ah. So, rüber. Gibt es noch Explosiv-Patronen? Ja, die nehme ich auch mit. Zack. Auch nochmal. Zack. Und nochmal so. Gut. Jetzt bin ich vollgeleid. Jetzt brauche ich auch nicht mehr hier hinrennen. Und sage, los geht's wieder. Ja. Hopps. Und nochmal so. Und dann nochmal so. Und dann nochmal hier so. Und dann nochmal hier. Und dann einmal schräg so hochjumpen. Genau. Gut. Jetzt gleich. Hierment falle ich runter. Ich habe dazu innerlich ein Gefühl, dass es mir gleich passieren würde. Bei meinem Karma. Ähm. Raketen. Ja. Nee. Nee. Sorry. Nicht, dass mir da jetzt die Humpe runter geht oder so. Aber ich will das nicht riskieren. Gerade mit Rucksack nicht. Das ist kein Rucksack, der wäre mir egal. Dann würde ich da runterjumpen. Genau. Der einzige, den ich nicht kriege. Ha. Da war das, was ich meinte. Oh shit. Einfach Bombardement loslegen. Jetzt kommt auch noch mit Käfer dazu. Alter. Rennotzeros. Attacke hier. Ja, komm her. Ja, genau. Komm mal mit Käfer hinter mir her. Oh. Da ist er genau auf den gelandet. Ich hasse Käfer. Manchmal. Wo kamst du überhaupt her? Würdest du wissen, dass du herherkommst? Das ist bestimmt wieder so ein geimer Raum, wo ich noch... Wie viel kommen denn da noch? Kann man da hochklettern? Ja, witzig. Boah. Schweig. Oh ja. Oh. Das war jetzt noch gerade so gesehen. Und sei ruhig da oben. Oh ja. Ich kann mich noch hier in Angriff. War auch noch ganz ekelhaft. Aber ich... Habe keine Lust, damit mich umzuärgern. Deswegen kletter ich jetzt diese Wand hoch. Und werde jetzt gleich bestimmt von ekelhaften Gegnern angegriffen. Wo sind sie? Ja, ich würde den Tech-Panzer aber gerne mitnehmen. So. Dann schauen wir mal hier oben rein. Holy shit! Ja, mich kannst du hier nicht runterboxen. Oh, jetzt zu dir hässlich. Ja, warte. Ich habe noch ein paar Granaten für dich. Die gebe ich dir gerne ins Gesicht. So. Hä? Was hat mich jetzt getroffen? Ah, diese verdammten scheiß... Pflanzen! Die können auch von der Empfehlung aus mich treffen. Das ist ja richtig ekelhaft. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wer greift mich denn da an? Wie kaputt. Ekelhaftes Vieh. Ah, 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 Bonusraum. Da gehe ich noch rein. Nein! Ach, komm schon, ey. Boah, geradewegs noch den letzten Punkt. Oh, guck mal. Granaten. Her damit. Immer mit. Her damit. Alles mitnehmen. Ah, da ist nochmal... Ah. Wo gehst du jetzt her? Ja, genau! Wenn man hier reinkommt. Direkt ins Gesicht oder was? Du... Dreckskerl. Da hinten sind sie schon. Da warten sie schon auf mich. Nächstes Mal kann ich mich von der Entfernung aus eliminieren. Und... Du... Und tschüss. Da hinten steht schon wieder einer. Aber ich kann aus sicheren Entfernungen ja zielen. Und... Und... So. Ah! Wollte gerade sagen, muss aufpassen, aber manchmal... Können die noch schießen, auch wenn sie gerade kaputt gegangen sind. Da ist der hässlich. So. Oh Gott. Ja, genau. Geh kaputt, sagte ich. Alter. Puh! Ja, so. Dann... Hoch. Ein bisschen Lebenspunkte hier reinpfeffern. Ja. So. Und du. Warte mal. Ich hier hoch. Und dann kann ich da rüber. Und dann nochmal hier rüber. Und so. Und dann da abspringen. Und dann kann ich hier so rüber jumpen. Oh, ich bin schon voll. Okay. Dann hab die Ultralgesundheit auch noch da. Dann lass ich die mal da. Und hol die mir später. Oh, ich hoffe, dass ich jetzt nicht totgehe. Ach, guck mal. Da ist ja der Portal. Da kann ich da reinjumpen. Bequem. Okay. Ich hab volles Leben. Nutzen wir direkt aus. Ja, Sturmwaffen jetzt noch zweimal schießen. Na. Naja. Ja. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass das noch richtig böse war. Hm. 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 Neue Waffe. Oh Gott. Da geh ich selbst. Hopp. Ja. Oh yeah. Fusionsgun. Alter, die macht Bäm. Boah, jetzt muss ich aufpassen hier wieder. Oh Gott, ich hasse Plattform springen. Ja, genau. Wie klein ist der denn? Ja, wie hoch ist das denn jetzt hier? Hopp. Ei, ei, ei. Wah. Wah. Warte mal. Genau. Schieß mal auf den Kumpel hier. Ja, warte mal. Genau, genau. Triff mal den hier. Triff den mal. Triff ihn mal. Hoffentlich trifft er ihn gleich. Zack. Jetzt müssen die... Jetzt rastet er aus. Jawohl. Mach die fertig. Oh Gott. Das ist ein ganz anderer Kerl. Der kann nämlich sowas nicht. Geh kaputt. Geh kaputt. Geh kaputt. Geh kaputt. Oh, wie weit sind die... Ach, guck mal. Ist er sich jetzt ernsthaft von den erledigen? Dann richte ich ihn aber aus. Na, wenn du dich nicht von... Was zum Geier? Nein, die Versuchungskamme will ich nicht benutzen. Alter. Ah, Raptor mit Plasma-Kanone. Mann, du... Alter. Der hält auch noch mehr aus, als sein Fahrerfahrer. Darf ich vorstellen? Die späteren Dinosaurants. Glaube ich. Oh, weg hier. Wie geht's? Geh kaputt. Oh, nein. Schon wieder solche Plattformen. Ich hasse solche Plattformen. Ernsthaft. Oh Gott. Stachili ist da. Zurückgekehrt. Und die anderen kommen auch wieder. Okay. Ich hau ab. Da ich mir schon denken kann, dass das bestimmt Mr. Raptor ist wieder. Mit seiner Armkanone. Hau ich hier lieber ab. Bevor er mich hier gleich hier abballert. Hier oben in der Luft. Mich damit ablenkt. Und dass ich hier runterstürze. Habe ich da echt keine Lust drauf. Dann springe ich immer freiwillig direkt vorwärts. Oh Gott. Hoppa. Gut. Ja, kommt. Kommt. Ich ziehe mit euch in den Indianerkrieg hier. Ihr habt den Kriegsbau ausgegraben. Wow. Monitou. Geronimo. Was sind denn hier alles die Dinger? Guck mal kurz auf meinen. Aha. Hatt ich fest. Lass mich mal da liegen. Jetzt erst mal. Erstmal wohlgemerkt. Mal kommen eigentlich überhaupt die Schlüsse. Ah ne. Es sind ja nur noch zwei Dinger. Soweit ich mich erlangen kann. Oh Gott. Ich sehe gerade einen Speicherpunkt. Da kann ich mal einen kleinen Schnitt mit meinen Päuschen. kurz hier machen. Äh. Na. Waren hier zwei Wege damals hier? Ich guck da nämlich. Ich wundere mich hier gerade hier. Von den Orten hier. Oh Gott. Das wird noch lustig hier. Aber dann sehen wir uns erst in den nächsten Part an von Turok Dinosaur. Ich werde mich jetzt hier speichern. So. Und sage schon mal. Wir sehen uns bei dem nächsten Part von Turok Dinosaur. Wir sehen uns liebe Leute. Bis dann. Wir sehen uns bei der nächsten Part von Turok Dinosaur. Wir sehen uns bei der nächsten Part von Turok Dinosaur. Wir sehen uns bei der nächsten Part von Turok Dinosaur. Wir sehen uns bei der nächsten Part von Turok Dinosaur.